willkommen zurück hier zu black and white ja hier sehen unsere schönen tempel unsere schildkröte unter arthur schlürft sich einen zurecht und hier all das haben wir mitgebracht in diese letzte welt in die neue welt wo wir gegen nemesis antreten sollen und nein kreatur das wollen wir noch essen so geht das doch nicht hier wir haben immerhin eine ganze ganze menge leute hier die jetzt alle fleißig hier hin rennen zu unserem anstehenden dorf man sieht hier im moment mit die baupläne wir haben hier schon ein halbfertiges lagerhaus hier ist eine werkstatt ohne fliegt schon erst baum durch die viele leute hier schon sind wo kommen die denn alle her mit so viele mitgenommen weiß ich gerade gar nicht nach kreaturen doch nicht ja wir sind jetzt hier auf der letzten insel hier sind wir hier hinten ist nemesis man sieht das hier schon er hat einige dörfer hier die allerdings nicht miteinander verbunden sind oder nicht direkt die insgesamt alle noch recht klein sind so ist er nicht also schon ansehnlich aber also deutlich größer als bei uns aber egal wir müssen jetzt eben schauen dass wir hier doch unsere städte hier müssen aufbauen ich habe diese welt nicht vorgespielt und ich bin mir auch ziemlich sicher dass ich damals diese welt also diese insel noch nie zu ende gespielt habe oder überhaupt mal hier war das heißt für mich ist das auch alles ziemlich ziemlich neu hier natürlich weiß ich mittlerweile schon wie man das spiel so spielt haben wir ja jetzt irgendwie fast 80 folgen lang mitbekommen also dass ich das vielleicht auch nicht spielen kann ich weiß es nicht aber wie man jetzt hier diese ganzen aufgaben löst vor allem wie unsere kreatur jetzt hier dingens na wie heißt es genau wie sie verflucht worden ist das meinte ich das kann ich auch gar nicht mal genau sagen eine sache die ich aber bald kein holz mehr war das lagerhaus ist fertig oder eine sache die ich aber ganz gewiss sagen kann ist dass wir etwas was ich gerade noch gar nicht zeigen kann weil ich hier gerade holz einsammeln ja so sieht es aus der holz habt da genug können das bauen was ich sagen kann ist dass dieses dorf hier nur da ist weil wir dieses brot hier schon mal gesehen haben wir haben in der ersten welt ganz am anfang einer dritten oder vierten folge haben wir ein paar leuten geholfen die auf see stechen wollten die uns darum gebeten haben dass wir den nahrung und holz und alles geben damit die auf see stechen können und das sind die drei kollegen die in diesem boot hier nun gestrandet sind und die in der zwischenzeit hier ein kleines dorf gebaut haben heißt auch oder das ist das schöne hier die haben auch direkt ein kleines wunder dahin gebaut ja das heißt das was wir hier sehen ist alles schon unsers wir haben hier einen stützpunkt und durch das wunder kriegen wir direkt durch alle zauber oder hier die wichtigen holz und nahrungszauber ja ist ja gut kriegen wir direkt mehr zeugs wo bin ich denn desillusioniert oder meine leute schildkröte du sollst gar nicht abhauen hier sind auch so viele leute krötchen immerhin der tempel ist fertig hier entwickelt sich das auch langsam und das desillusionierte sein das ist egal was hier noch in dem boot versteckt ist das verrate ich später wie gesagt wenn wir in der ersten welt in der ersten inseln nicht den leuten geholfen hätten wären wir jetzt zumindest am anfang hier auf uns alleine gestellt da hätten wir das andere dorf nicht deswegen wollte ich das gerne gemacht haben und was wir da noch von haben das erfahren wir gleich während im hintergrund freudig rumgeschrien wird wie in einem freizeitpark so hier da holz und ein bisschen nahrung damit die nicht noch desillusionierter seid falls es denn von denen kam die anderen müssen hier erstmal unser dorf unseren unser stadtzentrum aufbauen ist auch wichtig weil sonst geht das nicht aber die brauchen holz dann nicht mehr hier kleines büschlein rein bringt genau gar nichts insgesamt kann man schon sehen also so als die üppigen holzreserven würde ich das hier alles nicht zeichnen guckt mal ein wunderschwender mit einem feuerball stufe zwei feuerball extremos und was ich auch extrem machen muss ist hier für holz so gut dass wir so viel heute schon mitgenommen haben aber wie gesagt immerhin haben wir schon ein weltwunder das ist ein relativ kleines weltwunder aber es wird uns schon einiges helfen denn wir haben auch einige leute das heißt wir können gleich schon relativ viel zaubern können relativ schnell mana selbst erschaffen was denn das ist jetzt so schnell dunkel wird es war ganz gewaltig dunkel jetzt hallo es war doch gerade noch tag wo ist der sonnenuntergang geblieben unsere kreatur sieht aus wie immer also hat sie was hier gemacht oder was dreh dich um du bist nicht müde sorry für das solle hauen aber guck mal ein kind hallo kind meine güte ist hier viel holz gerade das kommt alles erstmal hier in die mitte damit sie was zu tun haben und ihr müsst bauen nicht nur rumkrakehlen hier nach wohnhäusern vor allem müsst ihr bauen aber was machen sie da denn was machen die da denn tanzen die im haus hier was haben die für einen auftrag den hauen wir erstmal eine ganze menge nahrung dahin oder eine ganze menge wie wir finden können was ja wahnsinnig viel ist da habt ihr vielleicht was zu essen ihr habt überhaupt keine wohnhäuser deswegen seid ihr da alle dabei aber es sieht cool aus trotzdem dürft ihr hier ja es ist genug da wichtig wir müssen bauen werkstatt ist auch vollendet da ist ja alles schon los ist an menschen ich kann mich immer wieder erfreuen und das zurecht nahrungsmittel technisch ist hier echt nicht viel angekommen auf der anderen welt oder die haben uns das alles schon weggeschnappt kann ich gerade mal nicht genau sagen daher müssen wir schnell hier das haus fertig haben das dorfzentrum wo wir auch kein holz mehr für brauchen damit wir am tempel hier bieten können hier haben sie drei getreidefelder so viel holz und ja da müssen wir mal schauen wie wir das denn hier regeln weil die kommen mit den drei stück sicherlich nicht aus genauso wenig wie wir hier mit den holz vorräten auskommen ich meine hier liegt schon einige eine gewisse menge rum aber wir wissen ja bereits gerüste bauen häuser bauen braucht alles sehr viel holz und hier sind wie gesagt die waldvorkommen doch etwas geringer hier unsere kreatur guckt fleißig zu wir können sie ja mal ins lagerhaus hier ketten dann macht sie mal was hier flauschleine wo bist du da flausche flauschleine du darfst bis hierhin einfach so weil ich so gütig bin und die sammeln wir auch mal eines sieht doch nicht aus wenn das hier so verstreut ist wir können natürlich auch jetzt schon hier die einwegwunder dahin zaubern aber das möchte ich noch gar nicht obwohl vielleicht möchte ich das doch wie gesagt das weltwunder ist relativ klein das heißt es bringt auch nicht so wahnsinnig viel aber wir können ja mal testen normal bringt ein holzstäpelchen ja ja da haben wir schon um 1660 holz jetzt bringt es immerhin schon 3320 das heißt doppelt so viel holz genau doppelt so viel was aber schon sehr schön das hilft deutlich mit und heiko ist auch wieder mit dabei ach da haben wir das schon nach kreatur sie ist cool sie zaubern nämlich nahrung in das lagerhaus und noch einmal hier muss ich eigentlich belohnt werden aber sie ist ja gerade so fleißig bei ach sie macht auch so weiter finde ich sehr gut hier holz ist natürlich das alles einzusammeln jetzt nicht sonderlich spannend wir können aber schon mal diesen ganzen ach sie heilt auch noch wunderschöpf machen wir hier daraus einfach ein hörspiel hören wir einfach der kreatur zu was sie dann alles am zaubern ist ist ja auch nicht verkehrt das war nicht so spannend auf die dauer aber hier gibt es schon mal ordentlich holz wir brauchen gerüste für wohne ok häuser hier sind gerade drei stücke entstanden von alleine das finde ich sehr sehr gut das erspart uns 246 mal 2500 das heißt 15.000 holz noch mehr moment rechnen das erspart uns viel holz 15.000 mal richtig wow wahnsinn boah wie viele leute und die haben alle kein zuhause den wunderhübschen stein den park ich erstmal hoch hier die müssen auch hütten bauen aber die können auch ein bisschen glauben erhalten dadurch wird das weltwunder zwar nicht stärker aber dann steht hier halt ein stein rum ne kreatur du kommst jetzt auch noch mal hier hin na fest genau kannst du hier auch noch mal da die wichtigsten sachen rein zaubern weil sobald hier fähnchen sind zaubert sie gerne mal ne kennen wir ja schon hütten entstehen hier gerade so schön ich hoffe die holen das holz auch für diese von selbst hier ab das kind steht auch noch in der gegend und ich gucke mich noch mal ein bisschen hier auf der gehr auf der insel um hier haben wir ach hier haben wir sechs felder das ist sehr schön das ist hilft deutlich mit was haben wir hier denn ein stein der aussieht wie aus der ersten und zweiten welt der aber so auf den ersten blick nicht mehr umfeld schön hier haben wir eine kleine schriftrolle das sieht wieder nach irgendeinem labyrinth rätsel aus machen wir es später jetzt nicht hier unser tempel hier haben wir eben schon gesehen ein kleiner wunder des spenders und zwar feuerball extremos hier ist ein kleiner selten gesäter wald ein dorf was überhaupt keinen eindruck hat oder nicht beeindruckt worden ist das ist schön hat den vorteil kommen wir machen das ein obwohl ich will jetzt mal ein bisschen unser hauptdorf aufbauen bevor ich hier weiter schaue hier ist ledes gerade am werkeln hier sieht man sein kleines dorf und er besitzt hier eine ganze reihe mächtiger mächtiger angriffszauber hier haben wir den feuerball extremos hier haben wir den blitz super galaktikus hier haben wir noch etwas was wir bisher nur aus zwischensequenzen kennen dieser senkrechte strahl der einmal alles hier auf dem boden wirklich beiseite pustet und wir haben hier heilung wald teleport alles sehr schön das dorf sollten wir auf jeden fall recht schnell einnehmen denke ich mir mal weil eben die zauber so gefährlich sind und ich weiß nicht ob die anderswo auch noch anzutreffen sind hier ist auch noch ein freies dorf sehr schön hier ist ein eingang aha eine mine da können wir aber noch überhaupt nichts machen gerade ist ja auch ein bisschen logisch weil wir da noch keinen einfluss haben was haben wir hier oder was hat er denn hier noch an zaubern auch wieder diese übel brutalen zauber oder zumindest der blitz zauber hier bei der rest der geht eigentlich der ist schon ganz gut den resten können wir sehr gut gebrauchen das ist ein schild zauber und holz haben wir ja schon aber dass wir uns schützen können was haben wir hier relativ nicht ganz so groß dorf der ist wie hier ist wieder der böse zauber der ist nämlich in der form böse dass der wirklich komplett sofort zerstörend ist hier haben wir noch stärke blitz und gewitter haben wir da auch was macht dann das letzte dorf von es hier ist nah hier ist nicht sein dorf hier ist ein tempel sein großer großer tempel alle zauber sind schon aufgeladen das heißt er kann sofort hier abfeuern nicht schön und hier ist auch ein kleiner vulkan auch wunderschön eigentlich wir sollten nicht so zu lange drüber festhängen weil dann verbrennen wir uns die augen weiß ja heiß da drinnen lava und so vorgesorglicherweise gibt es hier erstmal etwas nahrung nicht dass sie gleich da schon wieder am herum nölen sind dass sie nichts haben das bringt man 1400 nahrung ist nicht die welt aber ist schon okay kreatur wo bist du hast hier was gezaubert weiß ich gerade nicht wie gesagt ich weiß auch nicht die kreatur ist ja angeblich verflucht ich habe keine ahnung was das genau macht ich habe schon ein bisschen was gehört sondern spekulationen aber ich bin mir nicht so sicher ich wollte noch einmal darauf zurückkommen was es denn nun mit diesem kleinen schiff hier auf sich hat wir haben schon gesehen das sind die leute die hier dieses dorf gebaut haben aber wenn man sich das mal von der anderen seite anguckt sehen wir dort eine schriftrolle die wir aktivieren können die ist einfach ganz versteckt machen wir das mal nicht schon wieder diese dämlichen missionare auch das immer so schön ich hätte nie gedacht dass sie mit ihrer nussschale so weit kommen ihr glaube an uns ist stärker denn je unser glaube an dich treibt uns an allmächtiger wir sind weit gereist und haben deine lehre verbreitet außerdem haben wir ein geschenk für dich bitte nimm unsere demütige gabe an na wer ist denn das handelt sich um ein großes weißes tier aus einem eisbedeckten land was zum teufel ist das es ist wunderbar diese menschen haben eine lange reise hinter sich hausche deine kreatur gegen diese wenn du willst na was haben wir denn hier für eine kreatur hallo guten tag ja ja du hast auch so bewegliche augen ist ja schön ja ein kleiner eisbär ist hier für uns ein eisbär ein eisbär der sich auch freut uns zu sehen wie wir sehen können aber ich bin nicht unbedingt der fan des eisbärs weil der sieht nur cool aus wenn er richtig groß und richtig stark ist und das ist unsere kreatur im moment nicht und ich finde die schildkröte ein bisschen putziger weil der eisbär sieht auch nicht so schön bunt aus wenn er groß ist das weiß ich zufällig noch aber das macht ja nichts vielleicht vielleicht ich weiß ja nicht wie eure meinung ist aber wenn ihr unbedingt den eisbär haben wollt können wir ja da noch mal drüber reden schreibt in die kommentare ich persönlich finde die schildkröte einfach cooler aus verschiedenen gründen weil die einfach cool ist das sei zum beispiel der erste grund ganz objektiv hier einmal hier die fakten direkt einen latz getlatscht von euch hier sind so viele menschen die wollen alle wohnhäuser haben und wir haben hier eingerüst nur das ist nicht viel wohl die haben hier wohnhäuser die landen die langsam entstehen trotzdem eins oder so die wenigen reichen nicht aus ich will mal versuchen dass ich nur große häuser bau weil es einfach schöner aussieht dafür brauchen die aber noch holz hier noch ein bisschen sagt dass der das nächste bauen kann na geh rein so hier liegt immer noch alles rum meine güte wollen ja gar nicht für ordnung sorgen alle liegt noch hahaha guck mal nicht noch ein gerüst hier guckt mal da mit größt wird eins das ist nicht viel das ist gar nicht viel ich fragen mich ob die anderen größtes auch geschafft haben weil das eindeutig eins was solchen strudel geflogen ist die sitzen ja noch so aus ist ja noch irgendwo ein gerüst was das hier ach guck mal größtwert drei wir hatten doch mindestens eins was ein gerüstwert von sieben gehabt hat ich bin mir nicht sicher ob das wirklich hier angekommen ist oder ob das irgendwo verschüttet gegangen ist wenn ich ja gar nicht gut weil das war wirklich viel holz was da drin steckte ne sieben mal 2500 ja ist noch mehr als sechs mal 2500 wer hätte es gedacht soll das alles mitnehmen ich räume einfach noch mal ein bisschen auf immer so zwischendurch um das hier alles ein bisschen flotter zu gestalten oder hier ein bisschen ordnung rein zu bringen weil so sieht das ja auch nicht aus auch die ganzen zauber müssen noch hingelagert werden und weil er während die leute noch die häuser fertig stellen können wir schon eine sache mal machen wir haben hier drei gerüste das heißt wir bauen hier eine kinder der krippe die die schon haben ja das ist schön warum haben die schon eine kinder krippe ich wollte gerade was gutes tun und dann so was menschen skinners da zwei gerüste wo man halt ein haus auch schön aber so eins zack nicht das effektivste aber egal muss gerade mal sein können wir unsere statistik hier anschauen wie viele leute wir denn haben erstmal rest glauben ok 1700 ist ok 89 leute haben wirklich so viele mitgenommen ich meine wir haben einige mitgenommen aber so und die brauchen alle unbedingt häuser sonst geht das nicht hier kommen auch noch eins hinbauen und das ist hier ein bisschen kompakter weil unsere kreatur muss ja auch noch durch rennen können können aber hier diesen gesamten platz nach außen nutzen und hier auch noch ein bisschen am rand eventuell auch noch hier dass wir hier oder können das auch verbinden hier das ist alles mit sich größer wird aber guck mal sie tanzt schon wieder cool die leute machen mit ihr denn zu die ja du bist cool aber du hast hunger wow du hast hunger hier nicht dass du gleich umfällst habe dich zu lange angeleint hier bitteschön kreatur ja essen nicht neugierig sein essen in den bauch schieben so alleine weg aber du darfst noch einmal hier einmal oben in den tempel zack unser tempel ist auch noch relativ klein weil wir noch ganz am anfang sind der wird erst noch mal ordentlich auseinander gefaltet je weiter wir uns hier ausbreiten ich überlege gerade wann wir eigentlich dieses andere dorf hier und vor allem auch das dorf hier hinten einnehmen sollten was haben sie denn hier noch an schönen zaubern für uns ach guck mal an hier sind auch die angriffszauber die da leht es auch hat das ist ja cool das finde ich sehr gut hier ist auch teleport wunder ich habe mir noch überhaupt nicht die eigenen wunden angeschaut bisher auch ein das ist kein zustand kein tragbarer